oh wie krank hallo welcher sadist hat sich das denn ausgedacht einer der echt hart auf rätsel und folter steht das wusste ich schon bei den minigame wo es bei den minigame wo es darum gegen mich zu foltern hey das war mit sicherheit jigsau lasst uns doch kombinieren stäbe und sägen leichter nicht finden und noch mal was ist passiert? warst du das, Cody? nein, nein, ich glaube der Uhr und Tom spielt mit uns äh, äh, ufff was ist der Teufel? wir sind vier geh mal auf so eine Uhr ah, komm wir müssen auf so Uhren gehen ah, ok mach alle Uhren kaputt, das ist unser Weg, das raus Alter, wie viele, wie viele Figuren gibt es da bitte ah, guck mal, das sind immer, das sind die, wo wir vorher waren ah, wie cool ok, das ist ziemlich, ziemlich lustig dann geh du da oben rein ok, ah nein, das war ok oh das habt ihr super gemacht, dafür spreng ich euch jetzt komplett oh, du brennst ein bisschen oh, du brennst ein bisschen oh, oh, ich bin tot ach so, ah ach so, ah ok, was läuft geh mal rüber, geh mal rüber Ich bin aber so langsam Darüber Mehr geht nicht Machen wir zurück Guck mal nach links und nach rechts Da muss ich drauf Da kommt der Da Zum Glück macht Zeitlupe alles langsamer Ui Auf das da, oder? Wo war das? Ja, warte Ja, so Ja Okay Sorge in die Richtung Wer geht nicht Ja, wieder zurück Achso Ne, der da, oder? Sicher? Ja, ich glaub Von dem anderen bist du vorgekommen Da? Ne Da, da, stopp Ne, oh ne, da komm ich her Oder? Da muss ich drauf Das? Oben, ja Warte, jetzt sind wir bei Harry Potter Jetzt gerade mit den wandelnden Treppen, oder was? Ich sag dir, die haben überall irgendwas gemacht Wobei ich, äh, ich hab jetzt die letzten Tage echt wieder viel von den Jetzt kannst du rüber Ähm, echt viel, ähm, One Piece weitergeguckt Gerade beim, ich glaub 30 Folgen Warno Hab ich jetzt geguckt Oh, krass Und, ähm, ich musste echt schmunzeln, also Wie, du bist ja auch up to date, oder? Äh, ja Also, ich find's echt witzig Die, die haben, also es waren, glaub ich, zwei Folgen in Folge Da haben sie einmal eine Anspielung gemacht Auf, ähm, Jurassic Park Dann kurz drauf Dragon Ball Und dann nochmal irgendwas anderes Also ich hab so verrissen Hä, was war Jurassic Park? Ähm, wo der X-Drake, beziehungsweise der, ähm, Page One Auftauchen in dem Ding Und er dann, in dieses, also dann läuft er durch dieses Ort Und dann fängt das Glas an zu vibrieren Und dann sieht man den Schatten Also so wie er am Anfang Ja, hast du nicht gesehen? Ach, cool Ach, das ist schon eine Weile her, ich weiß nicht Ich schick's dir nachher mal durch Und dann kurz drauf kam dieser Ninja Ähm, diese Gruppe von den sieben oder acht Ninjas da Von dem, von dem Chef da Und wo die sich verteilt haben, sind sie in die Luft gesprungen Und alle in unterschiedliche, äh, Himmelsrichtungen So wie die Dragon Ball Ja, stimmt Stimmt Mich hat's, mich hat's, mich hat's so verrissen Na, na, na Ich fühl mich gefangen Hey, hältst du dich bitte an deinem Teil der Abmachung Großes Buch der Wahrheit Aha, okay, okay Die Tour willst du also? Aha, aha Okay, ja, sicher Ja, okay, ja, aha Aha, aha, komm, hör, komm Oh, man zahlt es mal, oder? Ja, komm Mama, sie funktioniert Unsere Kuckucksruhe läuft wieder Gleich nicht mehr, wenn sie wieder runterfällt Das wird Mama aber freuen Sie wartet nun mal nicht so gern So, jetzt haben wir unsere erste Seite, ne, von vier Weil Die ihr uns wahrscheinlich eh wieder klaut, wenn wir alle zusammen haben Dann verprügel ich ihn wirklich Ich versteh nicht, warum ich die Zeit nicht einfach anhalte und ihn in die Zeit verprügel Deine Herdflächen sollten eigentlich mittlerweile rau genug sein Ja Oh Gott, wir sind Magneten Ich glaub's Sieht genauso aus, ja Alles klar Gefällst du nicht? Nein Okay Oh je, oh je Gefällst du nicht? Nein Okay, Schleidersitz Das war deutlich Du hast ja zufällig schon Ein Plus auf deinem Knopf Auf der Brust Tatsächlich Achso, funktioniert das doch nicht Ein Magnet hat stets zwei Pole Ahahaha Nicht diese Magnete Thomas Du Hey, Tschüss Bratsel Hey,OTA Oh, Witt tightly Ein richtiger Wichse Wieso kommt mir das hier so bekannt vor? Ich bin jetzt in der Schneekugel, oder? Oh ja, bestimmt. Hier hatten wir unseren ersten Skiurlaub zusammen. Hola, ihr Kleinen. Oh nein. Wir sind in dieser Schneekugel gefahren. Du hast den richtigen Riecher gehabt. Du musst auf die Spitze des Berges gelangen. Wo soll so ein Schnee herkommen? In dem Wohnzimmer? Oder in einem... Wo auch immer wir sind. Richtiger Pedo, ey. Ja, spürt ihr das? Achtung, FSK 18. Ja. Kann ich je wenigstens runterrutschen? Oh ja, tatsächlich. Kann ich's irgendwo aufwärmen? Boah, das hoffe ich doch. Aha. Ah, okay. Ach, abstoßend anziehen. Rot und... Ja, klar, okay. Okay, nice to know. Was passiert, wenn ich dich anschieße? Geht nicht, he? Geht nicht. Ne, schade. Na dann. Hui! Du anziehen, ich... Warte. Warte. Aber ich glaube, ich... Ah, ich zieh ihn her. Und jetzt musst du mich wegschießen. So, und jetzt geh wieder. Ah, ja. Das ist alles. Einfache Physik. So easy. Ja. So, und jetzt? Ah, guck mal, ah. Ah, da ist ne Axt. Warte. Ne, das ist keine Axt. Das ist ein Ding. Geh mal drauf. Hüpf ran. Ach so, ja, stimmt. Warte, ich muss. Hände ich mal ran? Hm. Ja. Hm. Okay, dann machen wir das gleich jetzt nochmal. Oh, das hat sich fast aus der Schnierkugel rausgeschossen. So, jetzt muss ich gucken. Jetzt scannen wir mal den hier. Oh. Oh. Ich hätte nicht bejumpen müssen. Okay, noch ist es ja eigentlich relativ überschaubar. Naja, es gibt Schlimmeres. Oh, wir müssen sägen. Ach so, Alter, ich muss ja auch noch loslassen. Sehr gut. Lauffeld. Alter, richtiger Hobbysäger. Oh, guck mal, wir können, da ist da nicht was. Na ne, da sterben wir einfach bloß, oder? Weiß nicht, ich bin gerade gestorben. Wo bist du? Ah, ich hab kurz hinter uns geguckt, aber ich das sehe nicht. Ah ja. Oh, die Dinger sehen anders aus. Ähm. Ähm. So, und noch? Warte mal. Oh, ah. Ah. Oh, cool. Ach, und jetzt wechsel mal. Ja, ich verstehe. Okay, das ist cool. Das sieht aus wie ein Katapult. Und? Da musst du es wahrscheinlich zurückziehen. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich muss es doch drehen, oder? Ah, nee, ah, okay. Das hat man schon mal. Geronimo. Oh, schade. Diesmal hat sich nirgends zerbröselt. Ah, genau. Kann ich dir das da rum? Ehe. Ich kann ja auch einfach wieder wegschieben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe jetzt mal Unravel 1 reingehauen, mich mal dran zu gewöhnen, bevor wir das 2er anfangen. Nee, ah, schon angespielt. Das ist 1er, ja. Das ist, ja, ganz okay. Aber ein bisschen Depri. Oder was heißt nicht Depri, ein bisschen so auf die Gefühlsschiene halt. Ja, scheiß Gefühle, gell? Das sind so meine Lieblingsspiele. Aber es ist auf jeden Fall schön gemacht, das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, also ich habe es ja damals auf der Playsee mit Lea mal angespielt. Aber es ist 2er halt, ja. Es ist 2er, genau. Wir haben aber auch nicht viel gemacht. Ich glaube, die erste oder zweite Story haben wir durch. Aber vom... Moment, ich muss ganz kurz denken. Und das fällt mir zurzeit schwer. Ah, ja. Kannst du... Nee, das funktioniert so nicht. Kannst du, dass irgendwie das da das andere ist? Weil so kann ich mich nur abstoßen. Ja, ich überlege gerade. Ich gucke gerade. Ah, warte mal. Hier ist was. Ah, ja. Ähm. Moment. Ah, ja. Passt. Genau. Also da habe ich es ja mal mit dir gespielt und ich fand es damals echt cool. Also das war so das erste wirklich... Oh, 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 oh. All, stopp. Das erste wirkliche Koop-Spiel, wo ich da so damals gemacht habe. Und ich fand es cool, dass du dich halt dann so mit den... Moment kurz. Das kann ich... Äh, genau. Da kann ich hochhüpfen. Wo waren die Tür? Die müssen wir losgucken. Was ist denn die Tür? Hier ist ne bei mir oben. Ich muss gerade gucken, wie du hier hochkommst. Ne, ist ne... Ah, vergiss es. Ähm, bleib da stehen, wo du bist. Du musst genau das gleiche machen, wie ich jetzt gerade. Du musst jetzt auf das Ding vor dir hüpfen und dich hochkatapultieren. Warte. Ah, ja. So, und jetzt müssen wir schon an die Tür rankommen. Ja. Das fand ich damals schon ziemlich cool gemacht, aber wir haben es halt nie fertig gespielt, weil... Keine Ahnung. Hat sich halt dann verlaufen. Das machen wir dann. Ja, also... Ist halt mit dem jetzt hier nicht zu vergleichen. Ne, aber das ist natürlich auch noch eine andere Schiene jetzt. Aber die Tatsache, die Tatsache, dass du dich halt dann da halt eben auch so zusammen verknoten kannst und so Sachen lösen, Rätsel lösen, das fand ich schon immer cool. Ich bin mal gespannt. Hm. Äh, wohin? Aufs Dach, oder? Ja, da ist die Schiene. Ah, ja. Ah, du musst das... Musst man wahrscheinlich abstoßen, schätze ich. Tony! Kino! Eine Hütte! Oh, super! Ein gemütlicher Unterschlupf! Ah, nee. Ich muss hüpfen. Okay. So, da musst du die Brücke wahrscheinlich abstoßen. Mhm. Oh. Ah, dumm. Das macht nochmal, bitte. Hä? Warte, ich stehe, glaube ich, nicht weit genug vorne. Ah, jetzt. Kannst du mit drauf kommen? Hä? Achso, weil ich mich absch... Nee. Ah, doch, ich schoss mich ab. Ach, ich trottel. Ah, sorry. Ja, ich glaube, du musst schöpfen, oder? Aber das ist kalt. Das schaffe ich doch nie bis dahin. Ah, nein, Alter, mach einen Klon. Andi, du hast keine Klon mehr. Ähm, warte mal. Warte mal. Lass mal tauschen. Muss ich vielleicht das Ding hier anziehen. Aber. Aber ich kann das nur jetzt hier mit anziehen. Ich kann damit ja gar nichts machen. Hm. Na gut, sonst springe ich halt einfach mal auf Gedauern von der Ab. Mal gucken, was passiert. Ja, das... Ich vermute, das reicht ja nicht. Nö. Nö. Ah, muss ich mich dann irgendwie ab... Das... Ab, äh... Ähm, kannst du dich nicht, wenn ich jetzt das Ding rüberschiebe, jetzt hier unten ranhängen? Ne, ich kann es nur wieder zurückziehen. Warte mal. Oh, warte, 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 warte. Äh, ich weiß, ich kann es doch jetzt bestimmt von hier ziehen. Ja. Äh, okay, ja. So, und dann kann ich nämlich jetzt hier hochgehen und den jetzt anziehen. So, ja, perfekt. Na, das war ein bisschen knifflig. Ja, da mussten wir einmal kurz grübeln, ja. Ja, jetzt wo du es sagst, das ist die Hütte, in der wir waren. Ja, ich glaube, du hast recht. Oh, wow, guck dir das an. So, wir mal kurz parallel einen Kaffee. Heute ist jetzt wirklich Freitag, oder? Heute ist wirklich Freitag, ja. Na schön, gut. Ich glaube, ich sollte auch noch kurz den Kaffee parallel unterlassen. Ja. Das hat mich heute voll geschockt, dass, dass du mir gemeint hast, dass du ja noch am Arbeiten bist. Tja, einige Leute müssen arbeiten, ne. Ja, ne, weil Schlehr hatte heute Urlaub, weil die heute Mittag, ähm, mit ihrer Schwester unterwegs ist, und morgen auch wieder. Und dann hat sie gemeint, es wird dir zu stressig, dann morgens noch arbeiten, dann um zwei schon, äh, in Böttingen zu sein. Und dann hat die sich kurzerhand heute Morgen Urlaub genommen. Was kommt noch? Und, ja klar, weißt du, dann sitzt die auf einmal um 8 Uhr oder um halb neun auch hier rum. Dann dachte ich mir, ja, da muss ja am Wochenende sein. Dann schreibst du noch so, äh, fragst du selber, wann zockst du dann? Keine Ahnung, ich schreib mal mal, ob die Zeit hat. Dann sagt sie, ja, denk dran, dass er noch arbeitet. Und ich so, ja, ja, klar. Dann hab ich geschrieben, hab's aber schon wieder instant vergessen. So, guck mal, was gibt's hier Schönes. So, naja, nichts. Okay. Nix. Booster. Booster. Oh, ich liebe Eislaufen. Das hab ich echt vermisst. In einem früheren Leben war ich Eishockey-Profi, nicht wahr? Oh, das Eis fühlt sich herrlich an. Perfekt zum Eichlaufen. Ja, und ich hab's immer noch drauf. Genau wie es. Das sollten wir wieder öfter machen. Oh, Snowland. Oh, 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 da ist ein Dorf. Hm. Ah, ja. Bist du noch da? Ich bin da, ja, klar. Hörst du mich? Also wenn, dann höre ich dich nämlich nicht mehr. Ah, okay, sorry. Hups, dann muss ich mal kurz schauen. moment 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 die scotch packt dann glaube ich die frage auch eine nette art zur weise zu sagen kein bock auf dich doch 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 so jetzt muss ich wieder hören ja ich leider richtig wieder das tut mir leid irgendwie keine ahnung hat das kommt mal wieder gespuckt ich rede ja ich habe schon gedacht du bist eine kaffeemaschine aber da habe ich gesehen dass du dich bewegst und dachte mir also irgendwas stimmt irgendwas passt da nicht kaffee kaffee habe ich noch ausgesetzt da muss ich nachher gleich meinen aber verbrannt habe ich mich hier haben wir unser erstes weihnachten zu sagen ich habe den ofen gestellt ich habe den ofen muss ich am feuer anlass wo sind die ganzen leute ich weiß diese stadt war mal wie eure beziehung lebendig und so emotional damage also weckt sie wieder auf aus ihrem winterschlaf und wie sollen wir das anstellen du genie nutzt eure magnet magneten schmelzen kein eis absolut aber die stadtglocken können das eis brechen so brecht das eis und bekommt dann breche ich dir die knochen also treffen wir das eis dann brechen wir ihm die knochen also dann lassen wir die glocken läuten leuten wir die glocken für das dorf alles über die horde da war es mal auf da ist was grün ist etwas blaues stoß dich mal ab ich gehe mal hoch ich gehe mal hoch ich gehe mal hoch ah 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 oh jee ah ja warte 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 ah ja ok 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 ja ja warte ah ja ja du bist 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 du so also ich vermute das muss ich jetzt auch noch machen ja so habe ich sie bestimmt auch in erinnerung mit diesen ganzen verrückten schneemann spiel so riesig hier also gibt es ja 100 pro auch wieder ein oder zwei erfolge stimmt so wohin gehst du jetzt gerade zu dem glockenturm oder ich gucke einfach mal ein bisschen wieder um ich kann ich bin grad hier sind auch schneebälle es gibt bestimmt eine erfolgung mit dem schneebein abwerfen machen wir auch noch habe ich mache erstmal hier die schneebänner kaputt ich bin auf der falschen seite das scheint nichts zu bewirken hier muss ich hoch jetzt warte ich komme gerade hoch das ist eine hitbox um die hochheiz vorhin die fresse hör auf jetzt hier auf dich selbst zu hauen ja genau es gab kein erfolg schade ach du warte mal müssen wir hier das ding abwerfen habe ich auch schon probiert aber ich glaube wir müssen erst die glocken läuten dann kann man da was machen ja das macht wenn er die zapfen wechseln das macht es dann sonst scheint es hier jetzt nicht wirklich viel auf den ersten blick zu geben also ich bin auch schon einmal rum drüben waren auch noch mal ein paar schneehaufen hier mal schaukeln hier sind schneebälle wieder ich hau die wieder um ich habe auch schon drei kaputt gemacht vielleicht gibt es auch einen Fall wenn wir alle kaputt haben töte alle schneemänner ja du ich glaube wir müssen zuerst die auch was ist denn das für ein Viech also hier oben ist auf jeden Fall eine Armbrust hast du keine Ahnung eine Armbrust naja so sieht es zumindest aus da warst du auch gerade ja da können wir wahrscheinlich wieder hochjumpen ne hier ist so ein Ding da kann ich irgendwas drehen ja dann komme ich oh das ist voll viele schneemänner die müssen wir noch im Arsch machen ah ich kann durch George oh das ging ach so geht es auch das sind noch voll viele schneemänner ja okay dann lass uns gleich mal okay ich frage mich ob wir den Kran benutzen können so ah pass mal auf also einmal ran springen und dann halten ich kann mich nicht mehr lange festhalten ah zu früh ja müssen wir nochmal ich habe es nicht richtig gesehen ja sehr gut ah da oben okay nur ah warte 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 mal ne ne schieb dich wieder ah ja okay ich muss hier hoch ja ich habe doch gewusst den Glockentor muss ich machen ah 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 so meinte jetzt gehen alle schneemänner auch gleichzeitig kaputt müssen sie auch mal waffeln da hab ich auch mal richtig bock drauf frische Waffeln ah ne guck hier ist noch ein schnellband sind nicht alle kaputt gewesen so und dann suchen wir nochmal nochmal das spiel mit dem abwerfen ne wo war denn das weißt du das noch äh ganz links oben wo bist denn du jetzt grad schlitten fahren ja das ist ja auch irgendwie witzig warte mal danke mama ich komm zu dir rüber aber irgendwie mit denen hätte es nicht so wie gewollt waaay ja zack hm toll ah ach ach kann man die anziehen ja ich guck mal die kann ich anziehen hüfflein 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 den aber da sitzt einer drin wetten wir müssen den hin und her sporten dann ein stück von vorne wahrscheinlich also ich muss ihn ja anziehen warte mal ich komme hier hoch warte mal okay dann kannst du ihn her schicken ne okay dann muss ich nimm ihn nochmal krass okay du gehst ja richtig ab Den krieg ich auch noch rausgeworfen. Ah, nee. Bringt leider nix. Schade. Ja, geh du mal in den ganz rechts. Äh. Nicht wieder umbringen lassen? Ja. Machst du die Tricks selber oder macht ihr die automatisch? Die macht er selber. Vielleicht wenn man eine gewisse Höhe erreicht hat oder so? Krass, keine Ahnung, ich kann nichts machen gerade außer... Hast du deine Chance? Saltos. Ich kann nur abbrechen. Ja gut, dann brech mal ab und mach das mal bei mir, wenn ich hier drin bin, weil auf der einen Seite ist ja das Geländer, vielleicht sterbe ich dann irgendwie oder flieg raus oder so. So wie immer. Nee. Nee. Das ist einfach nur just for the lols. Ja. Okay. Naja gut, hätte ja sein können. So, hier gibt's noch Schaukeln. Kannst du dir den mal anschucken? Sekunde. Wo bist denn du? Ja. Als, äh. Ah ja. Als Team. Vielleicht, dass er sich ein paar Mal überschlägt oder so. Ah ja, das klingt dann ein Plan. Ah, da muss er in eine andere Richtung. Neue. Aber wir sind ja so... Ich habe drückt gehalten. Oh ja. Hihi! Erfolg! Ja, perfekt! Ah, schön. Aufgeschaukelt und weg, esse. Kannst du das mit mir auch machen? Oder setz dich mal da drauf, auf den blauen. Eine Sekunde. Jetzt kreize ich irgendwie immer die andere. Ja, warte mal, was passiert, wenn ich jetzt abbrechen drücke? Und das weg. Okay, aber der Volk darfst du auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal geil. Ja, okay. So, dann, was haben wir noch gefragt? Ach so, ja, das, wo du vorher gesagt hast, mit deinem Abwerfen. Links oben war das ja. Ja, dieses Pro-Ding. Ach guck mal, das ist sogar... Oh, was gibt's hier? Kandierte Äpfel. Das ist köstlich. Oh, geil. Geil. Geil, ich kann alles wegfuttern. So gut. Wie immer halt. Mehr schaffe ich nicht. Aber ich will mehr. Alter, du frisst alles leer. Was ist falsch mit dir? So gut. Vielleicht gibt's einen Erfolg, wenn ich alles esse. Mehr schaffe ich nicht. Mehr schaffe ich nicht, aber 15 gehen noch. Das ist köstlich. Sehr gut, sehr gut. Wo bist denn du? Und hier gibt's noch alles. Ach, da unten. Aber ich will mehr. Ich will mehr. Alles klar. Ich will mehr. Du bist doch kotzt. Ich will auch so ein Ding. Lecker. Okay, wo war das Ding da oben? Guck mal, ist die noch gerade leer? Dann haben wir alle, äh, alle. Alle leergefressen. Ja. So lecker. Das ist fresslich. Ich krieg keinen Biss mehr. Oh, da gibt's noch mehr. So, hier oben ist ein Minigame. Ach, du Scheiße. Allt echt jetzt? Ja. Ja, ich glaub nicht, dass es einen Erfolg gibt für fresslich leer. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht schon. Wie so fett, dass ich nicht mehr hüpfen kann. Zu lang dauert's ja nicht. Komm, hack mal sie weg. Ich würd sie ihm zutrauen. Ja. Jetzt seh ich hier diese ganzen Leckerlein, dann krieg ich selber noch Hunger. Ey, ich hab echt Hunger jetzt. Vor allem sah das echt gut aus. Ich glaub, das war's, oder? Ja, das sieht zumindest mal so aus. Ähm. Oh, scheiße. Keiner fragt. Wir haben was übersehen. Na, sondern hier oben das Minigame. Ah, ups. Hey Cody, hier drüben! Ich dachte... So, was macht man jetzt hier? Eissapfen werfen. Eissapfen werfen, okay. Oh, ja. Darts! Das ist ja eigentlich dein Spielfeld. Äh. Ja, das hat mit Darts jetzt nicht viel zu tun. Ich liebe dieses Geräusch. Ich treff' nichts mehr. Alter, aber ich treff' net! Wenigstens gibt's die auch so. So. Ja. 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 Ein Streber. Weltenmeister. Na gut. Die Welt in einer Schneekugel ist aber nicht mehr klein. Okay. Hm. So, dann haben wir jetzt eigentlich... Jetzt nimm ich alles durch, oder? Mhm. Oh, jetzt ist noch ein Schneemann. Jetzt nicht mehr. Ich trinke bloß kurz einen Schluck von meinem Kaffee. Solange noch warm ist. Wie lange hast du dir heute gesetzt? Ich weiß es nicht. Was ist denn nicht mehr in deinen Plan? Ich hab' mir eigentlich gar kein Ziel gesetzt, also... Was kann ich mir heute noch trainieren? Ja, ja. Ich trainiere auch heute noch. Aber es ist ja Wochenende, also rein theoretisch kann ich auch spät trainieren. Aber es ist wirklich egal, also... Wir können auch demnächst aufhören, oder nach zwei Stunden... Ja, Stunde, zwei Stunden spielen. Also, ich bin wirklich ganz, ganz offen. Ganz, ganz offen. Guck mal, das sieht doch aus wie ein Fackel-Dingsy. Da kann man doch bestimmt irgendwie Feuer... Feuer reinmachen, oder so. So. Äh... Du sagst mal kurz gucken, wo du bist. Hier gibt's dann... Ach, da gibt's noch einen Glockenturm. Ach, okay. Na gut, dann geh mal noch mit dem Glockenturm, oder? Oh, da ist noch ein Schneemann. Oh, da sind noch mehrere Schneemann. Ah... 열 PrTB-5-9-4-3-4-5-5-10-3-4-0-6-5-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7- facts-9-7-7-8-8-9-9-7-7-8-8-6-8.